Moin Moin! Schönen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Freut mich auf jeden Fall. Wir gehen rein in Locked Up. Kurz und knackig muss die Rüstung vollgestrullert werden. Das ist einfach das Ziel für heute. Was erzählst du mir? Ich versteh keinen Wort. Kann mal dieser Scheißgeist nicht so nuscheln. I don't understand you, Ghost of Marta oder wer auch immer du bist. Ich mach ein Foto von dir. Mach dich weg. Mach dich. Gar kein Problem. Schrei nicht so rum. Ja, ist doch okay. Ja, lass dich doch. Heut doch nicht so rum. Was ist denn los? Ja, ich hau doch schon ab. Ist doch gut. Ich mach jetzt mal was ganz blödes. Wenn ich jetzt hier Foto mache. Ah, alles klar. Ja, stimmt. Klug, ne? Ah, ja. Hier findet ihr euch also ein Foto. So. Jetzt komm schon wieder Marta oder so. Ah ne, jetzt ist es offen. Hello? Ist es die Tür? Hello, darkness, my friend. Alter Fenner. Alter Fenner. Achso. Okay, hab ich jetzt irgendwas, irgendwas nicht gesehen. Okay, hier sind zwei Bilder. Einmal hier unten die Ecke. Und einmal. Ist das das nur in Distanz? Okay. Das von weit weg. Das ist. Hä, wo soll denn das sein? Kante. Ist das das von hier? Ist das das dann von hier so? Oh, warte mal. Gucken wir mal, wie. Die Lampen sind auf jeden Fall der Schlüssel. Ah ja. Das eine ist hier so. Bastard. Bin ich das? Also, also nicht ich, sondern ist das der, den ich spiele? Weil ich meine, weil der hat so ne, so ne Psychiatriekleidung oder so Kittel, medizinischen Kittel. Und ein Hammer. Okay. Nein. Ich habe es geschafft. Nein. Bitte. Nein. 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 Ich will das ja auch verstehen. Ich will den nicht im ganzen creo stom mit demansa 본- Wobei, will ich das jetzt wirklich rausfinden? Was? Was soll ich tun? Ist das meine Stimme im Kopf oder was? Die jetzt mir sagt, Alter, bringen jetzt hier alle um? So, hier kommen wir. Okay. Hier auch nichts. Nein. Nochmal ein Foto. Okay. Ich habe keine Pizza bestellt. Nein, danke. Können Sie wieder gehen? Man muss ja nicht gleich so garstig werden. Oh, scheiße. Oh, jeder fummelt am Schloss rum. Na, warte mal. Komm. Ah, gut. Ah, so kann ich auch zittern. Okay. Das Bad geht wieder auf, okay. Keine Leiche hier. Schon mal von Vorteil. Okay. Dich habe ich gesehen. Nee, 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 nee. Du kannst mir gar nichts. Dich habe ich nämlich schon gesehen und du bist auch auf Kammer... Äh, auf Dingsbums. Du erschreckst mich nicht. Oh, stell dir mal vor hier. Buh. Oh, okay. Spiel. Da habe ich dir eins ausgewischt. Okay, ich soll ein Foto von diesen drei Bildern machen. Die Frage ist das? Ja. Wollen wir mal hier geht es hin? Also hier, das ist noch so ein Zwischending. Okay, also hier ist auch noch ein Raum. Ich wende hier aus dem Schlafzimmer. Jetzt diese drei schrägen Bilder. Ist das das? Ja, wahrscheinlich. So, ne. Gehen wir mal ein Bild auf Distanz. Man weiß ja nicht, was jetzt hier kommt. Na, schön. Ah ja. Das ist jetzt... Das ist jetzt nur umgefallen wegen... Okay, dafür ist es nicht. Ist vielleicht das fürs Bad? Nee. Ah ja. Ah, nicht, hier ist Schlafzimmer. Oh, geil. War schon Jesus vom Nessewilfkreuz hier oben. Jesus Christ, you are my life. Oh, das Bett ist ein Bild durchgewühlt aus. Oh, der wird schon mal nicht mehr zu aufregen. Warum ist dein Bett nicht gemacht? Weil ich heute Abend wieder ins Bett gehe. Und da war immer der beste Satz. Kurzer Retalk an der Stelle. Aber ich hab gesagt, ja, weil ich mein Bett nicht gemacht hab. So, warum hast du dein Bett nicht gemacht? Naja, ich geh dann nachher, so wie ich geh dann sowieso wieder ins Bett. Und dann hat er meine Mama immer gesagt, naja, aber du wischst ja auch deinen Hintern ab. Auch wenn du nachher auch nochmal aufs Klo gehst. Ast rein, mein Satz ausgehebelt. Okay. Ah, ja, ich weiß, was auf den Bildern kommt. Du da, du da. Ich weiß, was jetzt im Bett liegen wird. Ah, okay. Genau, guck hier. Oh, guck hier an der Seite, sympathisch. Das find ich gut. Ich hab was zum Schmatzen. Der Sekret. Boah, wetten, dass jetzt hier ne Leiche drinne liegt. Hehe, hehe, hehe. Mit Geralterweise an der Stelle. Guck mal, hier ist ein Schlittel. Kannst ich den nehmen? Gut, dann halt nicht. Okay. Also hier saß er, hier saß er auf der Ecke. Wenn ich jetzt, warte mal, wenn ich jetzt von hier ein Foto mache. Okay. 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 Hätte er klappen können. Ah, ja. Wir wollten ein neues Leben anfangen. Februar 93. Okay, erzählen wir jetzt die Geschichte. Von der Familie oder von der kleinen Familie. Telefon, Telefon, Telefon. Wo war der hier hinten, oder? Hä, bin ich jetzt geistig umnachtet? Mit Telefon war der da beim Radio. Beim Radio war der ein Telefon. Na? Na, kann ich mich, glaub ich, noch so gut dran ändern. Das ist in den... Ah, ja. Ich mach's, jemand abgenommen. Warum ist der Ball jetzt... Ein bisschen weiter damit... Ach, komm, ich will's gar nicht wissen. Oh, ja, 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 aber... Oh, ja, ja, aber... Okay. Also das, aber das... Aber das bin ich ich. Das ist quasi jetzt meine... Frau. Ich dehydriere hier Ne Cola An Cola An Cola könnte ich mich tot saufen Oh Freunde ich sag's euch Nix Für schwache Nerven Oha Alice hat es geschafft ein Foto von dem Bösen zu machen Das sie verfolgt hat Okay War vielleicht unsere Frau schizophren Alice hat es geschafft Ein Foto von dem Bösen zu machen Das sie verfolgt Also was sie in ihrem Kopf hat Alice Okay Spiel ich Alice Ich will ja nicht mal wenig Kleine Hände Okay Okay Soll ich die Kerzen ausmachen Soll ich sie lieber anlassen Ich weiß jetzt nicht was jetzt klüger ist Greifen Belasten Ah scheiße Sind das irgendwelche Special Emo Sorry die hab ich wahrscheinlich nicht freigedingst Jetzt läuft die schon auf allen Vieren Ach scheiße auch jetzt Ja mach's Komm mach's radisch aus Ich hab doch jetzt gerade den Schlüssel ne Der muss doch irgendwo reinpassen Na dann halt nicht Mary war depressiv Ach Alice hat es geschafft ein Foto von Bösen zu machen was sie verfolgt Alice Alice Okay Also Mary war depressiv Mary war depressiv Andy hat endlich gefunden Das Böse im Hintergrund zu fotografieren Oder das Böse was sie verfolgt zu fotografieren Stark Wer ist jetzt Wer war Wer ist Ist das jetzt Ist das jetzt Dings Also ist das jetzt Die Ist jetzt Alice die Kleine Woher kommt die Achso es kommt hier Mach aus Komm Fotoshooting Baby Zeig mir deine Schokoladenseite Bleibst du stehen Ich komm gleich wieder Ich kack mir so in die Rüstung Das ist Scheiße Ich will das Ich will das nicht Oh man Eieie Na Da Baumelt Okay Da steht ja wieder die Kleine Mary war depressiv Na ja gut 28 August Jetzt haben wir wieder Hey jetzt haben wir wieder die Kamera Ich verstehe das nicht Haben wir jetzt Ist jetzt vielleicht die Kamera Das Narrativ Dass das die Wahrheit ist Dass das jetzt so dieses Reale ist Wisst ihr was ich meine Dass so das wirklich aussieht Also dass Also dass wir da jetzt In der Wirklichkeit sind Warte mal Seht ihr das hier links auf dem Bild Da steht ja noch Bast Ist das Hä Hab ich jetzt gerade gesehen Dass da noch Bastard stand Krass Der mit der Glatze Das ist der Mann Alles klar Arrivederci War nett Ähm Mach mal Radio an Komm Ich bin entspannt Oh Bruder Was los Ich hab keine Angst vor dir Oh Haben wir Haben wir die gut getroffen Die alter Komm Oh alter Ist die hässlich Bist du ugly Uah Oh Weil man weiß Dass was passiert Und das ist Trotzdem Oh scheiße Alter Finne Mörder Mörder Okay Ja Von mir aus Folge den Asseln Sie sind Die Lösung Punkt des Rätsels Guck mal hier Sind ja überall Kreuze dran Im Namen des Vaters Im Namen des Sohnes Im Namen des Heiligen Ghost Guck mal Mary Geht's dir gut Oh Da muss ich Teil persönlich Wären Machen wir doch nur Sorgen Oh Alter Mach halt die Funzel an Ich kann nix machen Ich kann nix machen Alter Schmerz Die ist hübsch Die will ich täten Okay Sparta Du hast auf jeden Fall Einen sehr komischen Geschmack Aber Jedem das Seine Jetzt haben wir aber Kein Get Out Ja ja Ist ok Mary wird depressiv Ne Ok Ach du Scheiße Bist du hier an der Ecke Ja Schick ich hier an der Ecke Oh nein Oh nein Oh jetzt bin ich eingesperrt Wir hatten doch Ein Schlüssel Das Poesiealbum Oh wie war dein Sommer Was ist jetzt los Machen dich fort Hallo Macht einermals Licht an Bitte Wt Wt Alter Fuck Was ist das hier schon wieder Das altsehende Auge Hate you Na bitte Pöbel Okay Ernst bleiben Aber es ist wieder sauber Die Leiche ist weg Ok Oh geil Wohnzimmer Komme ich hier wieder raus Ne ok Ok Ab ins Wohnzimmer Der Fernseher läuft Schön Ok Oh gut Ein Bild Ja schön Februar Das ist der Der ja vorhin weggezogen wurde Jetzt die Frage Wer ist das Wer Who ist das Who ist das Und das ist aber nicht hier Oder Das ist in einem Arbeitszimmer Das ist in einem anderem Raum Ok Hier steht auch jetzt mal Außerweise nix Oder doch steht da Vielleicht hinten drauf was Ne Hier ist wieder was abgeschlossen Abgeschlossen Eine Bulle Wein Oh auf jeden Fall Das könnt ihr so Also Wein nicht Escape Ja Das wäre geil Aber Die Besucherritt Voll versift Das Ding Hier irgendwas Interessante Bücher Auch nicht Pillen 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 und Nägel Eine richtig gute Kombination Ah ja Hier sollte Auf jeden Fall Was fotografieren Sehr schön Hier war Dann auch Ich habe Hier doch Besuch Jetzt habe ich da Jetzt gerade Irgendeine Kassette Gesehen Oder kannst du die nehmen Ja Ja Sparta Da gebe ich dir recht Hier könnte man aufgeräumen Hä Warte Hä Ist das nicht Das ist doch Eine kleine Videokassette Oder Kann ich die mir nicht Nehmen Hallo Oh geil Eine Axt Pass mal auf Das war jetzt hier Rückschluss Das Bild Wahrscheinlich der falsche Winkel oder Zeig mal Mal ganz kurz nachgucken Ja gut Bisschen näher dran Schön ich wollte Bill of Distanz Gehen Weißt du Ja Okay Das hier Ich will hier Dieses Ding nehmen Nimm doch mal Die Axt Und hau irgendwo Tropf Ist ja gar Kein Problem Schönen Scheiße Hammer Hammer Auch Schön Hammer Hammer Guck mal Das Ich will hier Dieses blöde Dingens Könnte praktisch sein We are the unwilling Trained by The unskilled To do The impossible For the Ungrateful Das könnte nützen Sie könnte Könnte praktisch Ich kann es ja gar nicht Mitnehmen Das kann ich nicht Aufnehmen Hier Hab ich hier irgendwas Vergessen Nö Hier ist auf jeden Fall Noch was Das ist ja nicht der Raum Aber das ist der Schreibtisch Das ist irgendwie Bisschen skurril Warum bewegt Der Globus Mal mal ein Bild Ah hier Ich bin doof Vom Fernseher aus Okay So hier quasi Was für ein schönes Bild Ganz schön überbelichtet Da ist noch ein Schatten Im Hintergrund Oh ja jetzt aber Ah man Komm Ja Grundrauschen Will nicht Ah hier sie Hä war die Kassette Vorhin auch schon da Look Ah komm Leute holt euer Popcorn Filmerabend Okay Was Jetzt 10. Juni 87 Jetzt sind wir wieder Drei Ich bin wieder ein paar Jahre Zurück gegangen Okay Ah das sieht mir so aus Wie das Was man Ganz am Anfang Zumindest Von Von den Bildern her Auf jeden Fall keine Taschenlampe Schon mal geil Feels gut man Feels gut Schön Warum ist das jetzt hier so dunkel Boah Schön Ah ja guck mal Jetzt haben wir hier wieder das Seil Zum Zum Erhangen Schön Wieder ein paar Tabletchen Schön Gar nicht Im Kopf durch die Wand Wenn ich jetzt hier reingehe Passiert doch was Ach ich kann da gar nicht rein Okay Auch gut Warum sind jetzt hier Kartons davor Möchte mir das Spiel damit was sagen Ziehst du jetzt die Schlinge wieder zu Hä Okay Ist der Raum wieder offen Was steht ihr da jetzt so rum Selbst hier Hartz 4 Geister Blöde Blöde Also irgendwie tust du mir leid Ja Alter Der macht ein Der macht ein Schattenfuchs Siehst du Okay Schön Ah Gehen wir wieder zurück Ah ja guck mal hier ist sie doch wieder Die Schöne Heißer Bupa Warum ist jetzt hier im Spiegel Warum sehe ich Warum sehe ich Okay Was sollte Wer was soll das im Spiel Das ist auf jeden Fall das Böse Und Glatze bin ich Also ist es der Mann Ja Flüster doch nicht so rhetorisch mit mir Ja Alles Ah guck mal Das evil Was los Komm ran Das ist der erste Mal Das ist der erste Mal Das ist der erste Mal